So, heute machen wir mal ein Hochformat. Ich habe jetzt auch mal was angefangen. Schön, dass ihr jetzt HD habt. Dann kann ich deine Falten, deine Bickel sehen. Kraften bzw. Wissenschaftler oder explizit aus dem Hörbuchseminar, unter dem Seminar Rettung und Harmonische Entwicklung, in diesen vier Wörter hat Gregory Graberwoll die Makro-Rettung, das heißt die Rettung und harmonische Entwicklung aller Menschen. Warum? Ist im Prinzip recht einfach erklärt. Gregory Graberwoll ist tatsächlich ein Punkt, das hält sich nicht, also im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern 100% Bewusstsein. Was bedeutet das? Zugang zur Geistigkeit. Muss ich mir das so vorstellen, dass jemand, der 100% in Bewusstsein alle Ereignisse gleichzeitig auf der Welt und im Universum wahrnimmt. Okay. Okay. Um hier ganz kurz den Begriff der Hellsichtigkeit einmal wissenschaftlich zu definieren, da wir natürlich nun nicht als hochprofessionell Videomaterial und Hinschauer begleiten oder hier nicht von irgendjemandem finanziert werden. Doch, von den Leuten, die jetzt ein solch abgerufen müssen. Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Jobs in Deutschland aufzugeben. Aha. Da sind ja viele Fliegende. Das ist hier groß, alles fliegen. Du weißt, es ist hier warm, ein Flüchtling, du führst, du bist da so. Wir wollten eine Kulisse mit dem Fluss anhaben, aber das nur am Rande sind, wenn wir so machen, dann zum einen wegen nass, zum anderen sind hier fliegen. Nein, zurück zum Thema. Das ist natürlich für viele Menschen schwierig, die jetzt aus dieser sogenannten teilenrosa-roten Welt, aus ihrer Arbeitswelt, für die Arbeiten, 40 Stunden, das Leben bedeutet. Ja, in welchem System sie verankert sind und wo die Reise tatsächlich angeht. Ah, guck mal, geil. Du bist ja auch noch ein Schauspieler. Bei Ihnen präsentieren als sogenannte Experten, auch das habe ich ja in der Wahrheitsfinderszene sehr häufig, dass die ansprechendsten Videos, also die mit hochkarätiger TV- und Audio-Technik ausgestattet sind, dort kann ich bloß den Hinweis geben, dass natürlich immer geschaut werden muss. Wo liegen da Interessen, wer unterstützt das Ganze, aus welchem Grund, und die Menschen natürlich, wenn man dann mit, sagen wir mal mit, durchschnitt, oder, ja, kein High-Tech-Aufdruck, keine High-Tech-Bild-Arbeitung und Ton-Berarbeitung und so weiter hat, dann wirkt das natürlich. Das ist so hübsch, wenn ich nachhöre und wenn ich ums Hörschen sehe, weißt du, aber wenn ich das höre. Umso Medien, wo es die Fernsehsender von vorne bis hinten gelüten zu lassen, und das macht die sehr, sehr gut, und umso höher die Qualität, umso einfacher, 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 umso einfacher zu konsumieren. Also, ja, was schreckt dahinter? Natürlich, dass wir nun auch, dass Medien, die sind doch niemals in Neuseeland, ey, hier ist doch irgendwo in Leipzig, ich seh's doch nicht gleich, gell ich doch. Medien, die wirken von globalen Mafia, so wie alles von globalen Mafia, die sich im Laufe von vielen Jahrhunderts einverleibt haben, was einzuvolleiten gibt, Das ist für viele nicht verständlich, viele sitzen halt da, ja, warum denn, wer soll denn das tun, wer hat denn da, wer hat denn da, wer da dran, an der Stelle kann ich nur erklären, das kann geklaut werden, oder geklaut nicht, das ist auch, dass es auch verschiedene Planeten bereits zerstört haben, und ganze Zivilisationen ausgelöscht haben, ohne Überlebende, beziehungsweise Das ist echt, was ich vorlesen kann? Ja, das ist der ganze Hintergrund, das heißt, die ganze Bildung, die wir haben, dieses Studium, das Wissen, ist tatsächlich das größte Manipulationsinstrument, mit dem wir instrumentalisiert werden, und konditioniert werden auf Dinge, wie wir glauben sollen. Ja, das ist echt schön Ja haha Ja, das ist wahr, das ist wahr, das ist richtig Was? Zwei? 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 Richtig! Geil, höre! Sehr schön, wie wir so, ey! Gibt es nicht Grigoria Grabo-Woria? Die muss jünger sein, verstanden? Finde ich glöd! 100 Prozent, genau 110 Prozent! Du befrierst nicht so was, du steckst oder was? Das geht nicht, okay! Du bist nicht geholt! So kalt, ja, der liebt dich nicht! Vielleicht kann ich nie einfach mal so in den Arm nehmen! Nee, deshalb musst du befrieren! Ich hab das hinter mir! Ey, hier, da! Hier läuft ein Schlupper rum! Laufen wir immer wieder ins Eis! Sondern das wahre Wissen ist, steckt in uns selbst! Und das Problem ist, dass wir keinen Zugang dazu haben! Ne, ja, nicht! Hör ich mal so eine Scheiße, man! Drehst den Leuten in den Müll rein! Abgeschmitten sind, zum einen weiß man natürlich... Hör ich auch nicht! Jeder ist gefunden! ...die Kinder bereits mit der Geburt... ...blöden... ...die Vielfalt! Nicht nur deine Norm! Die Vielfalt! Die Ausdruck! ...die Ausdruck! Ja, wir kommen... Und dass wir... Wenn ich es vorher ahnen müssen! Wissen! Oder nicht lästigen lassen den Träumen! Von Bildern, die ich haben will! Ähm... Medizin! Brüder Krim, Geschichte an Historia! Krim hält es hier nichts, eh! Wenn ich im Ernst heiße! Aber nicht, weil ich immer so krimmig bin! So wie du! Nee! Brüder Krim! Richtig! Zwei Brüder! Ja! Na ja! Unser selbst zu erkennen! Geschwister Krim ist da schön! Das bedeutet, dass wir im Universum das Höchste in der Schöpfung darstellen! Ja das ist ja jeder eine Krümpfe! Aber Geschwister Krim ist sowieso so? Also jetzt wenn man das allgemein für Menschen, Junge und Junge... ...oder Junge und Junge ist dann... ...bis sie sein, dass sie dann nicht sind, wie das dann Geschwistern kann oder was? Geschwistern? Das sind wichtige, wichtige, wichtige Fragen aus der erkulten Güte oder wo auch immer. Es gibt unwahrscheinlich viele Führer, um natürlich Verwirrung und Religionskonflikte zu führen. Wir müssen hier halt bei rechter Hand und rechter Seite, wir müssen gerne keine Zeit verschneiden. In Kriege geführt und auch jetzt sehen wir das Beispiel, was die Creme de la Creme für die NWO sein soll. Und was auch aus dem Brief Albert Feig an die Frau Franzini hervorgeht, dass es drei große Weltkriege auf die Welt gehen wollen, um die Agenten zu setzen. Noch besser, nie wieder ohne. NWO. Ich bin nicht mehr zu tragen. Ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht mehr zu machen. Ich bin nicht mehr zu tragen. Ich hab nicht mehr zu sagen, dass es in diesem Universum viele Kriege gegen den Macht, es hat auch den Krieg der Starre gegeben. Wir sind einsart. Ja, das ist der Fall, Jesus, und zeigt, im Raum, jetzt darf er Spaß in der Welt zu haben. Ich habe nichts, ich meine, ich bin kein Schlaf, der ohne Ungebrochen hoch. Ich habe vermutlich den ganzen Film in den Schneiden. Das kann ich nicht. 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 Das ist wirklich so. Das ist die Wahrheit. Was die wemsten Menschen auf diesem Planeten oder auf der Erde wissen, ist, dass wir umherum Menschen nach dem Schlaf nicht immer lachen können. Wer sagt, doch wie du die Contra-Eureung hinkommst? Äh, ähm, schätzt dich nicht? Ich schätzt dich nicht, dass die Elke Kamera bekannt ist? Die Telefonische Feltungen für JHeRON und das läuft. Kulturale, also unter dem agentischen Film und Musik und Bildern. Wochen, Monate lang. Ja, und bitte, nicht mein Gott, dass ich nicht kriege ich kann. Daria, Ines, und vielen, vielen Dank für deine... Er hat market gefunden. Und hier ist eine gute Frage, heute. Ich hab mir vom Spiel gewünscht, ich bin schon seit Wochen auf der Suche nach dem Spiel, wisst ihr, jetzt komm ich hierher und wie will ich... Ich möchte das an der Stelle kurz erwähnen. Einen großen Martin Koch, wenn ich das Spiel bin. Ich hab das lieb, das lieb, du bist nicht immer jetzt noch kassig. Kassig, Erfahrungspunkte sammeln, wisst ihr? Ich hab nie mit Magie gemacht da, Magie ist scheiße. Mit dem Schwert, ja nur mit dem Schwert, ich hab alle sicherlich, nur mit dem Schwert, immer. Ich hab immer, ich hab immer mit dem roten Heer. Nur mal in die Stadt rein, ich will in Bakapu hin, ich will in die Frauen, ich will in die Lungswacht. Das ist das blöde Heide, das ist wirklich. Nee, das alte Lager, das alte Lager. Rote alte Lager. Ich freue mich, dass wir heute spielen. Weihnachten, ja, ich hab die Wut für mich, Weihnachten, heute Sonntag. Sonntagabend hab ich hier die Wut für mich, das ist super. Ich hab schon mal schön gepackt, aber... Wie gesagt, wir haben das in verschiedenen anderen Beiträgen... Ich merke mich, dass du das so erzählt hast. Ich muss die ganze Zeit selber reden. Ich muss mir wahrscheinlich das ja nochmal anhören. Wir werden jetzt hier eigentlich auf diesen Seiten. Wir werden jetzt so auch nicht zurückkommen. Warum denn nicht? Die sind cleverer als du ausnimmst hier und eine Frau. Und noch eine Frau dazu. Mädchen. Das ist ein Mädchen. Oh, das wird doch nicht mehr. Ich stehe jetzt sicher, das wird alle nicht. Da die Versklavung der Menschheit viele, 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 viele tausende und arme Tage lang angedauert hat. Und wir tatsächlich momentan aktuell mit Wissen begleitet werden, wie wir uns aus dieser Verslagung verbreiten. Aber natürlich die Menschheit, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an einem Teil vom Scream. Das ist geil, wirklich der Kipp. Guck mal. So versträmen, so versträmen, es kann ja das extrakt. Na? Ja, doch warum macht's so Hölle? Ein Gepi, ein Gampfer. Das hat ihn so immer richtig gesehen. Das war total cool, ich bin direkt an der Hölle. Ja, immer in Hölle an der Wale. Wirklich in Hölle an der Wale. Also in der äußeren Realität, die aber nur das ist, was... Also, um das mal zu schärfen, wenn wir jetzt mal als Einzelnen stehen, wobei wir natürlich auch wissen müssen, dass wir dem kollektiven... Du musst ja mal aufmerksam zuhören, das ist doch eine Scheißelaber. ...die Menschen hat, aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wo der Mensch, wie der Mensch eigentlich die Realität im Hausen aufbaut. Der Mensch baut als erstes die Realität auf dem 25. Bildschirm aus... ...den Bildschirm... ...den Bildschirm... ...und... Oh, hier! Das erste, was ich in meinem Leben geklaut habe. So eine Packung Taschentücher. Das ist eine Taschentücher mit einem schönen Motivfrau. Geklaut. Das, was ich für ein schlechtes Gewissen hatte, die ganze Zeit über. Einmal, dann habe ich das geklaut. Eine Packung Taschentücher, die hat 10 Cent kostet. Das sehen ich damals noch. 70, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich gucken wollte, ob ich es kann. Oder ob es Südansütt. Aber niemals irgendwas schlimmer als irgendwas zu klauen! Vorsätzlich! ...die da draußen zu 95% noch existieren, die... Autofonierkurve klauen! Vorne Kurve klauen! Nur einen Laden! Nur keinen Ladendiebstahl oder so was! ...konsumieren, dass hinter dieser Richterstattung... Ja, ja... ...geht so scheiße Welt! ...einen zu verplanen! Ja? Plan! Weil! Weil! ...daraus abzielt, dass kollektive... Wir können sich das auch auslassen, ne? Es gibt nämlich die Innen, die in der Arbeitsplatz haben. Ja, sie lassen da klatschen. Jan und Jan, das Lippen können in der Güstel machen. Über die Selbstwahrnehmung, über, man sagt, mit den Augen des Geistes oder mit der Seele zu sehen. Und dann können wir die Welt harmonisch wahrnehmen. Das ist der Punkt. Aber! Die Medien und eben auch, ähm, sogenannte Wahrheitsländer, die nicht mehr bewusst sind, was sie damit anrichten, ja? Weil sie haben auf der einen Seite natürlich einen wichtigen Fall, ein bisschen mehr von dem grünen, ne? Nicht mehr so wie damals. Das haben wir ja schon Informationen erhalten. So gemacht! Und da krieg ich ja auch so gefeuert. Nur gefeuert. Wir haben schon das Wochenende. Weihnachtsgeschehen, gehst du in die Wohnung, das Computer, das Internet, das Swarm... ...dass du dich... ...dass du dich zum Pulten, Magra-Pulten... ...dass du dich zum Pulten... ...und du sagst, krass, das ist so... ...und herrlich gewisse... Ey, ich hab noch nie irgendwo so viel Geld rumliegen sehen... ...und ich hab schon 10 Euro jetzt schon zusammen sammelt. Niemenschen! Das ist doch geil! Ja, hier fand ich eine gute Füßigung gekommen. Lüde Sache! Als Putzfrau kannst du das behalten, was du nimmst. Es gibt drei Regeln hier. Ich lass niemanden rein. Es ist einfach so. Die zweite, ich mal die Wände nicht an, aber vom Boden nach unten steht. Vielleicht ist keine Kreide dabei. Ich kann sie auf dem Boden schreiben. Hm? Was ist mit Probezahlungen? 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 Auch wieder ein Durchschnittssinn... ...marsinnig. Ich benutze die. Dich hab ich lieb und deine Sachen benutze ich. Das ist ja, Zukunft. Und diese Zukunft kann aber durch Menschen geändert werden. Das ist gar Witz dabei. Das heißt, wenn sich die Menschheit auf den Weg des Bewusstseins... Lachen wir nicht, ist gut. Und jetzt nur mal zurück zur Frage von Julia. Warum... Ja, ich sage es nicht. Die Worte Rettung und harmonische Entwicklung. Warum wird hier davon gesprochen? Die Menschheit steht an einem ... ... an einem ... ... an einem Konzent herstellen muss. Warum? Weil die Tatsache ist, wer sich mit Büchern von Grigori Krabbeu befasst und diese liest, und auch an der Stelle, wir bekommen des öfteren Antworten, dass der Krabbeu ist, der ja im Gefängnis gesessen hat. Wisst ihr was? Ich mache auch ein Seminar. Wochenseminar. Ich gucke alle Filme, die ich so geladen habe. Chronologisch. Chronologisch. Chronologische Reihenfolge. Und das können wir auch heute nicht thematisieren. Ich kann dazu nur sagen, in der Frage, also schauen, was denn da dahinter steckt. Und, denn heute, ähm, wie die Ist-Situation ist, mit ... 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 Grün. 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 Evolution. Rücksart. No. Es. Laufe. Liebe. Evolution. Weißes. Das ist der Punkt. Und wenn ihr das immer noch nicht verstanden habt, dann wird es Zeit, dass... ...nach der Wahrheit macht. In der äußeren Realität. Mein Weihnachtsgeschenk für euch. Liebe Einsteig. Ey, ihr habt mich echt aus der Hölle jubelt. Ne, ihr habt mich aus dem Paradies gezettelt. In die Hölle rein, genau. Term ist das Paradies und ihr in Halle ist die Hölle. Aber die Hölle ist schön warm, vor allem das Dach im Kopf, willst du? Das sind auch die Leute, die auch in Deutschland sind. ...vom Wissen von der Rettung und Harmonischen Entwicklung. Offiziell begann in Russland. Das ist doch eine Schmucke wieder. Das ist eine eigene Sendung. Das ist eine eigene Sendung. Das ist eine Trennung zu tun. Die Beinhalte, die Regeneration unseres physischen Körpers, allein mit dem Einsatz... ...und die ganze Zeit, ey. Du musst die ganze Zeit noch da sitzen und... ...und... 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 ... ... ... und jegliche Katastrophen auch globalen Ausmaß zu verhindern. Ich verbringe Weihnachten allein. Was ist das denn? Das ist ganz was Neues. Ich bin immer wieder was Neues. Neugierig. Richtig neugierig. Total neugierig. Durch die aktive Beteiligung eines Lesen... Du kannst nicht lesen! Hör auf mit dem, was du nicht kannst. Und der praktischen Anwendung... Praktischen, was? Was? Ich brauche es mir da. ... wird dieses Ziel auch erreicht werden. Diese geistigen Techniken haben für alle Menschen, für alle... ... die gleiche Wertung und bürgenden... ... und auf den einheitlichen Verbrauchungen der Welt hin. Jeder Mensch kommt auf die Erde... ... und das ist ein Stoffer. Was geht jetzt wieder? Da ist eine Stunde Platz. Ich bin nicht... Die Stunde Platz? Habe ich eine Stunde gelöscht? Das ist ganz so eine neue Stunde. ... und das Bewusstsein verändern wir unsere Realität und so wie die Erscheinungsform unserer Welt. Theorie Petrovic-Kaboubeu hat darüber viele Bücher geschrieben, darunter das Buch... Was ist denn so alt ausgibt? ... weil er aber alles durch den Dreifach machen muss... ... und die Erscheinungsform unserer Realität... ... er hat den Begriff Rettung gewählt, weil unsere Welt an einem Übergang... ... an einem Zeitpunkt steht... ... bis er kältet, es kommt das Wetter nicht... ... an dem wir als Menschheit... Das ist der Drehscher oder Kirche oder was? ... auf der einen Seite ist die Erde mit einem Zerstörungspotenzial übersehen... Das ist keine Ahnung, was du siehst... ... und die Zeit blockiert... ... haben sich angesammelt... ... und lieber was für die Klamotten nennen... ... das sind nur so Lackschuhe... ... und da hast du schon... ... einen Helm versorgen... ... der Menschen durch zentrierter Machtausübung... ... nebenbei... Wir haben meine Frau... ... ich schwitze dich vor... ... ich schwitze dich vor... ... kann man auch hin... ... ich schwitze dich vor... ... kann man auch hin... ... wo auch mit dem Willen, ey... ... ich schwitze mir mal an irgendwelche Erfahrungen... ... ne... ... und Umsetzung... ... das ist stellvertretend... ... erfahren wir... ... eine guardatelle Entwicklung... ... ich mache noch jedes mal eine Werbesinnung... ... ich hab eine Stunde... ... muss ich mir die Scheiße anhören... ... und Gott sei Dank haben wir auch eine Stunde... ... die ich filme machen kann... ... und das ist jeder für mich nur noch eine Begleitung... ... guck mal die Scheiße... ... nur noch eine Begleitung an... Das habe ich jetzt mit Robby gemacht. Ich habe jetzt eine Ahnung, womit ich mich beschäftige. Das ist viel wichtiger. Guck mal Robby Eichmann an. Ich lerne im Januar. Ich lerne im Januar. Wichtig. Gott sei Dank. Nicht? Die Doktente kapatidieren. Ja, mit großen Schritten weiter voranschreitet und die meisten Menschen immer noch selbst schlafen. Klausel, sie sind aufgewacht. Und sind auf dem Weg, ja, sich dieser Situation zu ergeben. Das ist Kompioren. Ganz so, ja, auch nicht. Die Unmacht, ja. Hast du einen Schütze? Wunderbar, ja. Ja, Kompioren, ich beklage. Und mein Mond sind zu liegen. Keine Unmacht. Ich denke, genau, das willige. Ich denke, also meine Emotionen und Denken verbunden in einander. Ich kann so emotional kommunizieren, so empathisch und so. Das kriege ich auf die Reihe. Das habe ich schon mal hinbekommen. Oh, bekomme ich auch hin. Ich bin. Aber, naja, so schnell will ich. Das ist kein Fan von mir. Ja, schaate. Das ist Zeit. Ich bin von Fan von dir. Das ist ein Lieblingskassel. Nee, das ist ein Rot-Defoss mit dem Lieblingskassel. Ja, zum Beispiel selber. Aber dank dir habe ich damit angefangen, weil Schöpfen und so. Schöpfen, Schöpferien. Ich bin ja, sehr, 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 laber, laber, laber. Das ist doch was das Schöne daran ist. Doppeltinformationen. Wenn ihr euch auch mal technische Freude bekommt, mich zu isolieren von eurem Glauber da. Da könnt ihr euch das angucken und mich angucken. Aber es ist nicht wichtiger, oder? Das ist doch schon hochgeladen. Ach, wäre jetzt hübsch. Liebe ist die Ursprungsmatrix. M-m-matrix. M-m-matrix. Na? Und Liebe erlaubt nämlich alles. Wusstest, nein? Liebe erlaubt alles. 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 Ja. Und dieses Licht, dieses Wissen, dieses Wissen, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Das heißt, das, was wir jetzt haben, haben Sie selbst auch verklappern lassen. Nein, nur. mit Menschheit. Nichts, wie ich sehe. Und das ist auch, worum es geht, was die Menschen verstehen müssen, wo, dass wir uns ausschließlich mit geistigen Techniken, mit Technologien, mit der kleine Bruder denkt erst mal an Papa, diese Erde in die Harmonie bringen können. Nur ausschließlich mit nichts anderem. Und das Gleiche betrifft natürlich unser eigenes Leben, unsere eigene Realitätsgestaltung und natürlich aktuell oder überhaupt generell, es ist ja alles miteinander mit dem Hotel. Aktuell. Hotel. Hotel. Ich kann ja gar mein Handy gerade nicht angehen. Die Harmonie der Welt, die Harmonie der Welt, die Harmonie der Welt, ist noch mein eigenes Nubler wieder benutzt, sobald, wenn es das Lade dreht, wie er es hin ist. Abhängig. Und wo Bedingt Harmonie ist? Da habe ich dann, das Smartphone ist dann ohne Karte unterwegs. Kann das nämlich alles tun? So ein Mensch in seiner Vollkommenheit, also so, egal. Das ist ein Disco-Truck. Disco-Laut habe ich immer eingestellt, wenn es so laut Disco-Tel. Ich bin DJ in Lechner, da habe ich noch gleich richtig gesucht. Und jetzt, meine Idee, wo ich mich gebündet habe, wo ich mich gerade lese, und die Katze hausend bin. Es ist in der Dorfstraße 57A. Meine Mami ist seit 57 geboren. Cool, oder? Ach, für ein Zufall, aber auch. Meine Omi kommt das mit heute her. Also die Schwiegermama von meiner Mama. Einfach ist, diese Situation zu einbessern. Die Situation? Leid schon, da ist noch die Bildung. Wie jetzt bei uns im Manuskript auch verhandelt ist, durch die aktive Beteiligung und die Übernahme von Selbstverantwortung Wörter mal zu kippen. Da geht doch auch aus. Wenn wir jetzt die Situation uns anschauen, wie viele Menschen da draußen tatsächlich sich aktiv beteiligen oder auch Selbstverantwortung haben. Die ganze Zeit hier ist ein Unkraut. Deine Mami, deine Mami, also deine Mami. Deine Mami. Ja, das sehe ich schon. Du bist bei uns eigentlich eine Rechtebesserung. Wir müssen uns in Gruppierungen wieder verhandeln oder ja, wie auch immer. Wir müssen uns auch wirklich in die Handlung begeben. Ja. Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal Ich kann mich an meine Erfahrungen erinnern, als ich das erst einmal gehört habe. Wir haben ja auch von Thomas vorgestellt, so war das sehr abstrakt und viele Begrifflichkeiten haben halt einer Erklärung bedarf. Und jetzt denke ich, ist es besser, das noch mal zu thematisieren, als die Menschen da draußen mit dieser Ich verpeile noch und meine ich nehme mir immer mehr. Ja, also ich habe ja schon ein paar. Ein paar habe ich schon. Ein paar halte ich nicht. Das 2-3 Spielregeln ist das höchste gut durchs Leben. Das ist einfach ein paar Fragen stellen. hilft für euch da draußen, bis das klarer wird. Weil kann es nur noch dabei in die Augen gucken, es ist vielleicht besser. Und wisst ihr, was die Schöne ist? Du kannst nicht gucken, wenn du auf dem Bett vom rückenden den Text aufs Gericht guckst du da hin, das ist die rechte Seite, guckst du dann hier zu, in den Menschen. Das ist nämlich so ein Einschlafding. Wenn wir dann von nach der Maschine gerade in Arbeit, ich sehe, ich habe die Schnauze toll, du hast eine tolle Schnauze oder so. Wenn du keine Bock mehr drauf hast, entspannst du dich ein bisschen. Du kannst es selbst irgendwas machen. Ich kann alle Leute in den Schlaflauber, naja, klugst du nicht. Wie oft die Leute in den Einzelnen reden, die reden, die reden, die reden. Am besten ist es harmonisch. Ich dachte, wenn ich rumschreie, dann nur, das will ich überhaupt nicht. Da kann ich mich auch nicht hören. Also wenn ich in einer totalen Situation Entspannung bin, und ich vom Rücken liege, Augen zu habe, und meine Beine in die Luft strecke und höre, höre meine Sendung, und mich dann einfach blöken. die sind so die Gründe. Ja, weil die Arbeit unabhängig von Raum und Zeit, wie gesagt, die Wahrnehmungsform ist noch ein bisschen bemerkt. Also, wie du sagst, das ist schon eine Preußin, wisst du? Russland in der vierten Dimension, also in der vierten spielten Zeit, eine untergeordnete Rolle beziehungsweise schon fast keine Rolle mehr. Und in der fünften, sechsten gibt es keine Zeit. Warum ist das hier verschnupft? von unserem Verständnis? Warum trägst du denn das nicht in den Norden? Ja, ich weiß nicht, wie es so herkommt. Hier kann ich sagen, und ihr macht das hier Medizin, Schülmedizin 3.0, wisst du? Ich habe wirklich gesagt, ich gehe zurück ins Mittelalter, wisst du, das ist ein bisschen Mittelalter. Wenn wir davon sprechen, dass eine Vergangenheitsbreche vorgenommen wird, guck ich mal vor und her, da kann ich eine Gleichdrehung nur ins Rad. Kannst du auch mal runterladen, unsere Ausbildung um die Gäste gestatten, unabhängig und frei von Raum und Zeit zu agieren, was die ja sowieso tun, wo unser Bewusstsein fließt die Zeit ein. Nichts anderes. Und wenn wir uns mal aktiv beobachten in unseren Gedanken, wir können ja auch in unseren Gedanken in die Vergangenheit gehen, das ist kann ja natürlich, wenn ich an die Kindheit denke, oder ich denke halt an was Schönes in der Zukunft. Halt, denn Super sagt Halt. Ja, hör mal auf den Mund, ich bin nicht nur in deinem Mund, ich bin nicht nur in deinem Mund, sondern deine Gedanken sind Realität. Das heißt, es wird uns auch später, können wir an jedem Moment in unserem Leben sein, an jedem Leben wir wollen, verstehe das? Eine Platzbranche! Ja, ich bin ja mit dir, Gott sei Dank! Also da habe ich mich früher am meisten gefeuchtet in Familiensitzungen und dann auch mit da oder so. In der Familiensitzung. Ja, ja. Von welchem Ort im Universumhaus war das gut? Das ist mal erzählt! Hör, 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 hör. Na, mach mal Urlaub, konsumiere mal mich. Ich hab Angst, für niemals zu. Zu den Ereignissen, Gregor, ich habe häufig in dieser einen Seite auch davon geredet, dass es um die Verlinderung jeglicher Katastrophen auf globalen Ausmaßes geht. Welche Art von Katastrophen sind dort gemeint? Oh, vielleicht sind ich. Oh, falsch durch, ey, BATSCH! Ich habe mich heute beim Bahnputzen echt über 3 Spinnen krank, habe ich geredet. Guck mal, mein Blutdruck steigt, 16639. Blutdruck steigt, wie lange sie mit dir machen. Sonst schlagen ich so einen Blutdruck. Heute war auch schon mal cine, 96-1640 hätte ich auch immer. sondern verschiedene Zivilisationen, die den Menschen versklavt haben. Aber man muss natürlich verstehen, dass diese Wesenheiten hochtechnokratisch sind. Und du, warum das natürlich eine komplizierte Bild mit dem, was du hast, ne? Aber natürlich bekannt ist, dass durch atomare Katastrophen die Informationsstruktur verstört wird. Also hochgradig zerstört wird. Und natürlich durch atomare Explosionen, zum Beispiel eine Auferweckung von Menschen, was ja das Normalste von der Welt ist, mehrere. Die wird natürlich dadurch unglaublich erschwert. Um das jetzt mal kurz und komprimiert auszudrücken. Okay. Also man muss verstehen, Rikori Krabuboi erbrachte den Nachweis mit der Formel ES-VS, den Nachweis oder den Hinweis auf den einheitlichen Schöpfer in der Welt und dass jegliche Information, und alles ist nur Information, egal was wir sehen, alles ist in seiner Endkonsequenz. Also wir kennen als kleinste Einheit ein Lichtteilchen, ein Photon, ja? Und letztendlich in seiner Endkonsequenz ist alles aber nur Information. Und jegliche Information im Universum ist wiederherstellbar. Und die Formel ES-VS hat Krabuboi als wissenschaftlichen Nachweis der Menschheit erbracht, ja? Wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich sein Buch auch Auferstehung und ewiges Leben ab jetzt... Mann, gebt doch endlich mal diese Scheiß-Weltenpreise! Sagt ihr, Leute, ich bin doch eine Scheiße kaufen! Und wie gesagt, hat jeder, der aktiver Part der Weltverbesserung, mein Wünsche, der mich aktiv daran beteiligen möchte, dieses Weltbild oder das Weltgeschehen, was wir jetzt hier draußen sehen, aktiv mitzugestalten zu einem Wörteren, den empfehle ich natürlich unbedingt mit den Werken von Krabuboi auseinander... Quintessenz! Ich hab's dir nicht mal mit der Bedeutung, dass du singst! Das ist Quintessenz! Quintessenz ist voll! Unser Landproblem! Kopfkranken! Das muss das sein! Ja! Technologie in der Rennung, natürlich! Das ist das neueste Buch! Schau ich dir! Schlecht! Nicht so schlecht, Alter! Das ist ja jetzt übersetzt worden, ins Deutsche! Und auch dieses Buch ist sehr empfehlenswert! Julia hat dieses Buch von Corona mitgebracht, aus dem Thailand-Projekt! Ja! Das nur am Anfang! Guck mal, was ich trinke! Ich kann das auch vorwein nehmen! Deswegen haben die etwas in die Werbung für Expo-Tiomate! Und hier ist wirklich für die Band, der schwer sich an der Aktiv, an der... Ruhe Perle! Das kann ich Ruhe Perle! Das lässt sich trinken! Nein! Ich weiß mir gar nicht, was für eine Kulette ist! Ich kann das auch vorwein nehmen! Siehst du das? Ich mache auch raus! Und scheiße machen die Schuld! Das ist ja schön, das ist scheiße! Das ist doch nicht hier raus trinken! Das ist kein Kupfer! Das bist du aus dem Trinkengang! Das ist mein Titel! Gluck mir! Das heißt, auch wir beteiligen uns hier fast täglich! Mein Blutroof! Ich kenne mal mein Blutroof! Die vor allem vor das Kamera verrichtet! Die haben wir fast keine Blutroof! Die Blutroof war ja alles eigentlich gut! Blutroof! Willst du endlich mal was los mit dem Blutroof? Ob ich den Blutroof nicht verstellen kann? Ob ich den Blutroof nicht verstellen kann? Ich denke, das ist ein Kreislaufgarten-Themen! Wir arbeiten mit dem Blutroof auch in absehbarer Zeit. Wenn der Blutroof echt so hoch ist, dann kann ich den mal gucken! Obwohl ich den Blutroof nicht verstellen kann! Und auch daran sehe ich selbst schon, wie man selbst aufpassen muss, dass man bei der Stange bleibt! Also, dass man diese aktive Beteiligung der geistigen Techniken verfolgt! 133.93 sind immer mehr! Wenigstens! Wie viel mehr als vorher! Die Tageskonzentration, die Euch auch in den Prozess-Feminar zur Verfügung steht, und in Kürbungsgruppen aufrecht! Wenn ich das nicht gleichzeitig noch umdrehen kann! Ich kann das gleichzeitig noch in die Norm bringen! Hörst du das? Da kollabiere ich! Scheiße, ich würde das noch sagen! 3844! Weil diese Tageskonzentrationen, die nehmen... Ich könnte hier mehr Musik loslassen! Ja, ich mache das an! Je nach 10, 5 bis 10 Minuten Anspruch! Mit der Musik los! Ach, meine Musik los! Man sieht hier, dass eine Tageskonzentration zum Beispiel der zweite Monatstag gerade einmal dieser Abschnitt ist! Oder eben, dann gibt es auch große Tageskonzentrationen, die dementsprechend, äh, dann mal... Nein! Aber lass es stehen! Ich würde dann sehen, was es tut, wenn es aufmacht! Alleine mit dem Todes! Wir müssen uns bewachsen! Wir müssen uns vorladen lassen, ja! Und dann geht die Post ab! Das heißt, der Grigori Karpovoi bringt uns seine Fähigkeit, mit der er hier auf diese Welt inkarniert hat, und ermöglicht uns die gleichen Dinge! Ja! Das ist da ganz ähnlich! Allein die Tageskonzentrationen, äh, beinhalten natürlich, dass die Prozette, äh... die Anwendung der Tageskonzentration aktiviert wird, was man natürlich auch immer wieder wiederholen muss, dieses Wissen, dieses Menschen selbst zu behalten! Ja! Was ist denn da? Und das guckt dann? Wir kommen uns zurück an! Das ist ein Traum! Wir haben da gegrüßt! Jetzt weiß ich, wie ich denn richtig lebe, wenn ich dann wagen kann, lieber Thomas! Das ist echt so! Das ist mein Herz! Wenn ich scheiße holen muss, wenn ich scheiße kontinieren muss, wenn ich scheiße kontinieren muss, und ich nicht, wenn ich nicht flüchten kann, ja? Und diese ätzenden Scheiße, die sich ja alle immer umgibt! Guckt ihr die Videos an, was ich ertragen musste, die letzte Woche, nachdem ich meine Mutter rausgefeuert hat! Ich lacht, dass ich dann immer bleibe! Und ich mag, ich höre jetzt auch, dass ich jemand in die Ani gekommen bin, auch für euch noch ein paar geile Videos zu sehen! Guckt euch das jetzt alle an! Sehr aufmerksam! Und höre hin! Ja genau! Und geh, dass dieses Wissen tatsächlich ... Man hat es mit der Lehre Ucifors ausgesucht! Die Lehre Ucifors, also Ucifors, noch vor allem darstellen, dass Ucifor ist ein Lebensstand, über Gott, der sich exaktiert, der sich um die Nagen und Freimacher keine Täuschung durchmüscht und ewiges Leben, was auch keine Täuschung ist, so wie eben alles, durch Schwarzmagie und die sogenannte technologische Lehre einfach nur Täuschung ist, genauso wie die Folgen, das kann weitergehen, Fjörg. Das ist das größer Wort, ey! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen, was? Ja, der heutige Beitrag ist dann einfach dem geschuldet oder dem gewidmet, dass wir natürlich eigentlich viel lieber die Kamera auslassen würden und unsere Arbeit machen würden, dass wir eine Berufung nehmen, das heißt uns ausfällig mit der geistigen Entwicklung auseinandersetzen. Weil wir selbst arbeiten hier natürlich mit mir, die Menschen wachzumachen, die Menschen zu transformieren, dass der größte Teil der Menschheit an irgendeinem Punkt seiner Wahrheitsfindung stehen bleibt und dann aufhört sich auch physisch und eben auch geistig zu verwickeln, als die Menschen, die sich da aufreden, zu sagen, ist der Trikot in dir, verstanden? Das ist jetzt das herbeigeführte Amaget, die NWU, die wir vorhin verfolgen haben, die Menschen jetzt haben nicht verfolgt, dass wir uns online haben, dass wir auf der fügigen Ebene so gut wie nicht abdrehen können, außer, dass nur, dass gerade in den letzten Amagets, der die Daten und die Menschen, die sich da aufreden, sind, die sich da aufreden, sind, die Menschen in der Nähe von dem Bild herzuziehen. Oh, wirklich? Hallo! Ja, ich habe mich heute gesehen, ich habe mich heute ja gesehen, da habe ich einen Film von dir. Das muss man natürlich auf der physischen Ebene geachtet sein, also mindestens für ein halbes Jahr Wasser und Nahrungsmittelvorräte anlegen und man sollte ganz, ganz wichtig aus Ballungsgebiete heraus, ganz, ganz weit weg, wo nach Möglichkeit eine schwindgeringe Population zu verfeichern ist, weil wir haben das auf der anderen Seite gewagt. Und wir sind nicht die, die Angst machen und die sagen, so und so wird es passieren, wir sagen, das ist geplant, aber wir können es jederzeit ändern, wenn wir uns dessen bewusst werden. Und auf der physischen Ebene und alle, die sich auch... Ich wünsche euch allen einen schönen Weihnachten. So, dass es auch möglich ist, Ausmaß zu leben. Das heißt, unabhängig zu sein, Marathonverhaben, Exkammensmittelverhaben, die ja die globale Macht ja vorbereitet hat mit dieser Globalisierungsstruktur, wir haben das Globalisierungssystem, warum gibt es total Supermärkte, globale Supermärkte und keine Tantaremma-Läden mehr. Wir haben das alle bei Masseneinwanderung, habe ich das alles erklärt, warum das gemacht wurde. Damit irgendwann, und da stehen wir jetzt mittendrin, mit beiden Füßen mittendrin, Das wirkendrin, natürlich unter falsches Vorbein, in den Medien, die Menschen, die überwiderlügen haben, aber der Menschheit dann gefragt wird, so, aus dem und dem Grund ist jetzt Schlecker zu, Schlecker ist schon zu, und aus dem und dem Grund ist es zu. Und den Hinschlag, die Menschen nicht mehr zu essen, aber die wunderbare Begleiterscheinung in Deutschland, wir haben es mit 5 oder 10 Millionen Ausländer zu tun. Und ja, weil ja auch die kompistente Zahl, die ja im Internet kursiert, Axel Richter, also meine Freunde, die ich hier sehe, finde ich total cool. Ich habe nur noch die an drei Hinschichten, na. Zuwanderer spricht, wie gesagt, die Gräser in den Armstirn, Na echt? Und mit dieser Immigrationsgeschichte, da steckt ja auch wieder ein Plan dahinter. Dr. Götting, brennt es nur so, von Gallo. Und bin ich eigentlich nicht mehr mit deinem lieben Herrn. Liegen wir noch, die Folge ist, der sich auch mal klar macht. One benefit of choosing to become more conscious in the form of forward. We are far more accustomed to using a tool of conscious thought for repairs, analyzing, and then wrong in our lives in the past. Wie schafft man das? You should think of the subtle voice of your intuition that you heard soon to prepare for becoming life changes as a source of mystical experience. So soll es direct in your conscious mind to what will soon manifest from your physical order. Ja klar. Man ist ganz, ganz vorsichtig. Es ist immer Spaß. Wie schafft man das? Indem man natürlich vor allen Dingen Männer, als Flüchtlinge deklariert und diese ins Land holt. Und wir kennen die Thematik, wie im Internet kursiert, ja. Das ist auch mal ein Schöpflinge-Bericht. Ich finde es echt, die größere Nachrichten, die ich nicht mehr einladen kann, dass ich jetzt so eine Scheiße labern muss. ...hält Schildschweigen, macht weiter ihren Job, also hilft der Agenda, die Agenda aufzusetzen, die EU selbst mit abzuschaffen, um das der Euro-Gespanse zu machen. Ja, all diese Dinge, wie gesagt, wir haben uns vorbeifelig geschaut. Der Weislauf, der Weislauf, das alles sehr gut recherchiertes Wissen ist und ich das Ganze in dem Buch, wie aus Göttern und Affen wurden, zusammengefasst habe, auf Raudebau 703 mit begleitend natürliches Wissen. Das ist schon 30 Mal, Jürgen, da mir es damals daran gelegen war, dass das Buch einbrach zu schreiben, 2013, 2012, 2013, und diese Dinge haben sich nicht in den Leben umgesetzt. Das ist echt sehr schön, was du machst. Und mein Ziel war es natürlich, dass die Menschen, die letzten Jahre mit der Julia, als sie von ihren Erfahrungen mit ihrer Mami erzählt hat, ey, mach da weiter, hast du mal die Klappe und lass die nur reden, wie sie sich entwickelt, du hast sie ja schon schon gemacht. Aber um dieses... Ich bin ein Padawan, du lagerst du in den ersten Stall, zeig doch, wie du sie ausstille, wenn du das unbedingt machen musst. Deswegen sind wir hier und deswegen teilen wir dieses ganz wertvolle Wissen mit euch. Okay, guck mal, was wir hier beim Zauberer aufbinden, das ist schon beim Zauberer. Ich bin Rackulitz. Kann ich gerne machen, was? Nee, ich bin ja die Hexe, ja, ich bin ja die Hexe. Ich weiß nicht, warum ich bin ja eine Fake. Ich bin wegen der Liebe, äh, die Hexe. Und ich kann auch die Hexe sagen. Deine Aufgabe ist die Hilfe für andere Menschen. Stell dir vor, dass du einem anderen Menschen etwas erklären musst, was er nicht weiß und nicht versteht. Im Allgemeinen wissen wir ja, dass jeder Mensch bereits alle Kenntnisse hat, dass in seiner Seele von Anfang an alles da ist. Deswegen besteht deine Aufgabe darin, ihm zu helfen, die Informationen zu verstehen, die er bereits besitzt. Ihn helfen, sich der Erkenntnisse, die in seiner Seele schon sind, genau bewusst zu werden und diese mit wahrhaftigem Verstehen zu verbinden. Ja, und das bringt es auf den Punkt. Das ist eine recht einfache Konzentrationsübung, ja, und ich möchte da auch nochmal Bezug drauf nehmen, damit ihr mal so ein kleines bisschen ein Gefühl davon bekommt. Jetzt muss ich meine Position enden, wo du wirst, du wirst ein bisschen gesprächig wie Säuferwurst, ja, oder auf dem Klo, wobei, dann hast du es. Wenn wir hier davon sprechen, sprechen im Allgemeinen, wissen wir ja, dass jeder Mensch bereits in seiner Seele von Anfang an alles da ist. Also, noch mal zur Information. Dass in seiner Seele von Anfang an alles da ist. Oh nein, er sagt ihn. Deswegen steht eine Aufgabe darin, ihm zu helfen, die Information, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, alles ist in der Information zu verstehen. Oh, da muss ich da jetzt hören. Die anderen können das ja auch hören. Er bereits besitzt, die Klaus, Herr, ich mache das doch. Kommt doch in die Klaus, bitte. Ich weiß noch, ich rede schon. Gut, ich klaus auch immer. Die Frau bewusst zu werden und diese Du kannst nicht vorlesen, Junge! zu verbinden. Bezählst du das irgendwie mit einem Kind, oder was? Also, ich hoffe, dass wir damit das Richtige transportieren können, dass daraus hervorgeht, dass dieses Wissen, dieses Schöpferwissen, tatsächlich Wissen aus uns selbst heraus ist, dass das kein neues Konzept ist. Genau, Abos kündigen, ne? Ja, ja, Alex. Du bist ja, ich kündige dieses Abo. Klar, ich habe nur noch 4 und 3 Freunde bei Facebook, so größte von ehemals 178 Euro mehr. Das heißt, es ist wirklich nur eine Frage dessen, ob wir uns dieses Wissen gestatten, ob wir das zulassen, ob wir sagen, ja, ich stehe, ich bin zum Schiff, ja, und, ähm, ich habe begriffen, ich habe begriffen, die deutschen Schöpfer zu sein, weil es kursieren ja, weil es kursieren ja, ja, ich bin ja mit verschiedenen Menschen, und, ähm, äh, da liegen gerade oben rum, ja? So viele sind es nicht, aber, dass man sichere, wie ein Ort kommt, ich kann nicht gerade sein, ja, extra laut, scheiße, hm, hm, er muss unbedingt immer rasiert rumschießen haben, hm, hm, ich kann mich nie mal angucken, es ist so schön, Ich habe ja nicht einen Platz gefunden, aber es ist immer ein bisschen seins, worauf er klar kommen muss. Ja, das ist ja auch ein Spielparativ. Da werde ich noch ein paar Komplexe zu realisieren, zu realisieren, abzuschütteln. Die höchste Ebene, das ist die Schöpfe-Ebene. Das heißt, wie gesagt, nochmal der Hinweis. Die höchste Ebene ist die Schöpfe-Ebene. Und das Känguru, weiß ich, kann es auch. Ich kann es frieren lassen, ja, die Schöpfe-Ebene. Das Universum der Wissen bedeutet eben auch, dass wir auch ganz hochlos sein sind. Das ist auch mein Vorbild, Thomas, und Jöto auch. Jede, absolut. So hat er geguckt. Ähm, das Level des Bewusstseins gerade. Und das ist eine geistige Entwicklung. So, oder? Ja. Und aufgrund der aktuellen, globalen Situation wird es immer richtig sein, dass ich für den geistigen Witzel schaue. Weil, als es in der Lage ist, dass es in der Lage ist, dass es in der Lage ist, dass es noch besser ist. Wenn ich dann merke, dass ich wieder fahren fahren kann, müsste so nach wie zu gehen. Egal, ich lass mich treiben. Ich bin doch blöd. Das bedeutet im Prinzip nur, dass die Menschheit als Gesamtheit den Schöpfer bildet. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Aber, es reicht noch zu verhindern. Ja, ich hab gerade ein paar Blättchen mitgepustet. Weil ich hab den ganzen Geist gefordert. Ich hab den ganzen Geist gefordert. Also, dass wir das wegschmeißen müssen. Ey, Joana, was ist das? Ey, krass, ne? Kommt sie sich mit dem Druck mal an? Ich hab den ganzen Geist gefordert. 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 Ja, das schaffen wir nur, ins Schöpferbewusstsein zu kommen. Tamm, ich könnte mal ein Arsch geben. Ey, ich bin Glauber, wüsste. Ich muss das recht ein Meter wahrfahren, bis ich einen Dank gekommen bin. Ich geh vor. Danke fürs Zuruhen. Danke fürs Zuruhen. Geh vor. Ich hab das auch vorbeizt. Und jetzt 51% der Gesamtmenschheit müssen ins Schöpferbewusstsein. Ich bin doch nicht auf einen Arsch gekommen, um mein Hüter auszureißen, mit der Erd auszureißen. Ich habe mich doch schon verboten gesetzt, ich muss doch was machen. Na und du hast mich zu hören? Ich meine Rede, mein Spiel. Du bist nur Statist. Du bist nur Lichtwesen, die wir schaffen, das weist du? Bei Roman hat es so in der Briebe werdet wahrscheinlich einen der auf den Parallel playing kommt. Alle Arme sind irgendwie nur, weißt du nicht, normal, normal, keine Ahnung, was es bedeutet ist, das wüsste ich auch nicht, genau dafür, warum irgendwie was nicht ist, vielleicht dafür alles so zu belassen, wie es ist, ja, aber irgendwie mal eine Besserung antreten, das habe ich schon mal erzählt, das habe ich schon mal erzählt, das habe ich noch mal erzählt, das habe ich noch etwas Neues, langweilig daran, also dem trainiert das mal nicht recht ist, wenn ich nicht merke, ob ich sowas schon gesagt habe. Das ist eine klassische Lösung, außer sich mit Kerzen, mit Garn, mit Wasser, mit Konserven, mit Reis, mit Zucker, mit Toilettenpapier zu versorgen, oder aber kann man tatsächlich noch mehr tun, oder auch etwas zu tun, das ist natürlich in irgendeiner Art und Weise auch darauf vorzubereiten, was jetzt mit großen Schritten auf jetzt erstmal explizit Deutschland und Europa zu tun ist, kommt, aber sich das natürlich auch zusammen ausdehnen soll. Und warum machen wir diese Beiträge? Weil wir natürlich nicht aufhören werden, die Menschheit wach zu rütteln und zu sagen, bitte kommt endlich in die Handlung und zu verstehen, was es heißt, zerhandeln. Ja, und zu handeln bedeutet eben nicht, sich wieder in Fucken zusammenzuschließen, oder auch wieder nur irgendwie in Gruppenlenkungen, im Durchfall zu bewegen, oder auch beispielsweise der kostenlosen, kostenfreien Möglichkeit, sich aktiv durch eine Index-I-Lenkung mit an dem Weltgeschehen einzusetzen. Ein was? Ein Erdöl-Rot-Lenkerin? Ein Erdöl-Rot-Lenkerin? Cool, bericht! Ein Erdöl-Rot-Lenkerin? Cool, bericht! Eine Erdöl-Rot-Lenkerin? Ja, aber das Wichtigste überhaupt ist unser Lichtkörper, das ist elementar, weil durch die Aschleppenpären, jetzt hier, Junge, jetzt ist es eine interessante Sache zu retten. Vielleicht ist es ein bisschen vorgegeben, aber es ist, glaube ich, kein Wichtigste. Oh, und jetzt sind das nur Reichtum, Baustab, und was? Irgendwie lustig. Die darauf vorbereitet sind, und die mit ihrem Bewusstsein, dieser Zeit jetzt, in dieser Zeit sich geistig entwickeln, diese Menschen haben gegenüber denen, die auf der physischen Ebene Nahrungsmittelvorräte ansammeln, nicht nur einen Vorteil, sondern diese Menschen werden tatsächlich überleben. Ja, das hat sich gigantisch, automatisch vergrößert, gigabyte vergrößert, und gigantische Gigabyte-Mengen, und was einfach vergrößert. Mein Bildschirm ist drüber hoffen, ich habe wieder eine Rechner-Uhr geläbt. Die Geldanlage, kannst du wieder auspacken, so eine riesige Satz-Undanzen, schmeiße ich noch um, wenn ich hier herumhüpfe. Ja, und dann noch eine Rechner-Uhr. Das heißt, ich sage das noch einmal, und wie gesagt, versteht das nicht falsch, kann ich nur noch wissen. Wo bin ich denn gerade? Da halte ich mich gerade auch in meiner Partie. Und hatte, aber nicht physisch. Ja, man trägt da nicht irgendwo an, voll geil. Weil, an der Stelle bin ich das Beispiel. Ich habe nur Puder und Schwestern. Ja, das war mein Wort, ich bin nicht nur Puder und Schwestern. Ja, der Grigory Krabbeu in der flug- und phyrosischen Schutzwicherung seine extrasensorischen Fähigkeiten... Soweit! Auf zum Atom! Auf zum Atom! Auf zum Atom! Und so weiter und so fort. Wenn ich einfach euch zum Lager dringe, dann hat sich das schon... Die Mühe, die brauchen die Wackeln. Wer ist das? Reaktorkatastrophen. Ach, ich darf nicht beschreiben. Wenn ich das auch nicht beschreiben. Aber tisch. 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 Da wollte ich mich aufheizen. Wo ich dann hin und her darf nicht auch eine Ausgabe vorhin. Guck mal, ich kann ja mal kümeln. Also, das hab ich jetzt wieder. Okay? Das sofort umzusetzen, um zu beweisen, ja. Was ich sage, ich kann alle Menschen mit mir begeistern, dass es so schön ist, dass es da rausklauert. Ich habe hier die Hosen gefunden, ich bin zufrieden. Endlich, endlich, ich bin zufrieden. Ich darf sein, endlich darf ich irgendein sein. Ich werde mich wirklich scheucht. Nur wenn hier passiert wird, dass es um sein Hauptproblem geht, um die Wiesen immer dann in den Tarsisch wird. Ich bin dann eine Leere, ich habe hier ein Maisbaum, Schwarz und ein Elf. Der bereit in seinem Leben ist, endlich mal wahren mit zuzulassen. Dritter der Datenrunde, kann ich schon Platz nehmen, das ist total so, dass ich nie will. Da liegen gleich ein Schwerter auf den Boden gekommen. Und jetzt eine Eckpalle, meine. Juhu, ich weiß noch nicht. Als wenn ich Böder runtergewaschen würde, auch eigentlich nicht so, dass ich mich auch von alleine bin. Können wir sogar kostenlos, eine Ausdauerreise, die Lege als die Lege als die Freiland dort kommen. Antworten, ja. Dieses Buch stelle ich euch bei der Natur. Das ist wichtig, dass die Menschen, wenn ich mehr rede als du, sagen, dass die Menschen endlich betreffen, was ihr hier geht, stelle ich euch dieses Werk, welches unklarlich wichtig ist, das ist wirklich scheiße. Und dann fang zur Verfügung, in der Hoffnung, dass ihr in die Handlung kommt. Du sollst auch in die Handlung kommen, wenn ich mal durchlegen und in die Wurzeln vorgucken. Dinge, die man kostenlos anderen Menschen gibt, die werden einfach nicht gewertschätzt. Spurren? Dann fängst du mal an zu spuren. Ja, wie soll man sagen, die Responsquote auf 9 Minuten, also nicht immer. Ja, das ist schwindend gering, deswegen sind solche Sachen, wie Bücher zu verschenken oder Wissen zu verschenken, sind eigentlich damit begleitet zu scheitern. Ja, weil man natürlich wissen muss, dass alles im Universum auf Ausgleich basiert und wir auch mit diesem Geldsystem, die Leute, die sich das angucken, die haben die Wahrheit, das zu hören, aber gleich, sag ich mal, noch Unterhaltungsherde zu bekommen, was nämlich überhaupt, und so eine Frau, was ist denn nicht dumm? Indem wir dieses Geld ablehnen, nein, wir sollten betreiben, dass wir alles umdrehen können, das heißt, wir müssen dieses Geld einfach nur sinnvoll, ja, und... ...einsetzen, und dann haben wir auch... Ja, ja, stimmt schon. Ja, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. An der Stelle, wie gesagt, auf dem Weg zum Schöpfen, wir müssen bei uns auf der Seite kostenlos Konten schlagen oder antworten, ich habe die Aktions zum Fest des Lichtes verlängert, ja, und, ja, wir können nur mit allem, was wir tun, versuchen, die Menschheit tatsächlich dahin zu bringen, in die Handlung zu kommen. Es gibt Tage, die ich wirklich... Man sieht das vielleicht auch, wenn wir... Ich bin schon, wir arbeiten hier noch, ja, ich verdiene. ...vor gestern... Ja, ich bin noch rum, genau rum, genau rum, genau rum, genau rum, genau, weil... Ich bin nur noch Tage, wo ich frustriert bin, wo mich das einfach nur noch... ...die Institutionen der Leute nach wie vor zu betrachten, ja, und diese Lichthandlung, und, ähm, wo du dir, wo du dir fragst, was muss denn eigentlich hier noch... Guck dir, ich halte mich einfach nicht an, gucke mich an, ja, ich bin jetzt nur noch frisch der Ärzte angesagt, jetzt ist einfach nur zurücklehnen und zuschauen angesagt, Aber ich habe meine Aufgabe, nein, ich weiß, dass ich vor dieser Aufgabe auch nicht weglaufen kann, aber ich muss mich auf diese Aufgabe stellen, und, ähm, ich mache das, was du willst, ähm, aber ich werde auch immer noch einmal die Kugel führen, dass wir dann schneiden. Das ist... Warum auch nicht, oder? Alles mal frisch nicht, ich habe ja gleich Einweisung ins Videoschiff bekommen. Das ist voll cool, ich kann ja alles nutzen, das ist voll geil, ja! Professionelle Filmer, wüsste? Wenn ich jetzt nicht mehr in New York gehen, ich will noch weiterhelfen. Einheitlich die Andere, und ich, ja, in der langweilenden, geleiten anderen, wo es langweilig ist, ja, ich guck mir das bisschen an. Ja, natürlich auch in der Kacke, äh, äh, in der Kacke. Ja, der Alexander, und das ist schon, die sind ja viel schöner anzugucken, als die aufzählen. Ja, aber, ich tut schon jetzt da, und jetzt hat es Energie drin, abzuschauen. Ich könnte sie mal anhören. Ich bin aufgeregt davor. Ja, okay, ich bin mal am Anfang. Voll cool. Äh, von Menschen, die mit diesem Hörbuch-Service-Seminar, nach denjenigen Fragen haben, sensationell, das ist ja auch noch nicht. Ich hole in meinen Herzen. Ja, das freut uns, aber wie gesagt... Was? Aber? Aber selber. Ja, viele...